Paddy der Wanderer In den 1920ern bekam die Familie Glasgow in Wellington, Neuseeland, ein Airdale Terrier geschenkt. Dash. Da John Glasgow häufig auf See war, erwies Dash sich als toller Gefährte für seine Frau und besonders für seine kleine Tochter Elsie. Die drei gingen immer hinunter zum Kai, um John abzuholen, wenn er zurückerwartet wurde. Als Elsie noch vor ihrem vierten Geburtstag an einer Lungenentzündung starb, war die Familie am Boden zerstört. Dash begann, ganz offensichtlich auf der Suche nach Elsie, am Kai entlang zu laufen. Nie mehr kehrte er nach Hause zurück. Bald war der Hund bei den Seeleuten und Hafenarbeitern in Wellington bekannt. Sie nannten ihn Paddy und gaben ihm, ebenso wie die örtlichen Taxifahrer, zu fressen. Abwechselnd zahlten sie die jährlich fällige Hundesteuer. Paddy wurde offiziell vom Wellington Harbour Board adoptiert und zum stellvertretenden Nachtwächter erklärt. Zum Schutz gegen Piraten, Schmuggler und Nagetiere. Paddy unternahm bald größere Erkundungen durch die Stadt, wobei er auch mit der Straßenbahn fuhr. Und als sich die große Depression breitmachte, verließ er die neuseeländische Hauptstadt als blinder Passagier auf einem Schiff, das nach Australien auslief, besuchte verschiedene neuseeländische Häfen und kehrte schließlich mit einem anderen Schiff nach Wellington zurück. Seine mutigen, tollkühen Abenteuer wurden zum Stadtgespräch. Man erzählte sich, Hafenarbeiter in Auckland hätten versucht, ihn zu entführen, ihn aber aus Angst vor der Rache ihrer Wellingtoner Rivalen wohlbehalten zurückkehren lassen. Als Paddy im Juli 1939 erkrankte, zahlten die Taxifahrer das Tierheim für ihn, damit er sich dort erholte. Doch der Hund hatte andere Vorstellungen. Als einer der Fahrer ihn besuchte, sprang er hinten ins Auto und weigerte sich wieder auszusteigen, bis er zurück zu den Docks gebracht worden war. Dort bauten seine Wohltäter in einem Schuppen ein Bett für ihn, wo er kurz darauf am 17. Juli 1939 starb. Die Evening Post berichtete, dass Paddy's Sarg mit der Inschrift Paddy der Wanderer in Ruhe von einem aus zwölf Taxis bestehenden Trauerzug gefahren wurde und alles in der Stadtsimmer liegen brachte, weil die Menschen herbeiströmten, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. 1945 wurde eine Sammelaktion gestartet, um ein Denkmal in der Nähe der Queen's Warfgates zu finanzieren. Zu dem Standbild aus Bronze und Granitstein, die von der ersten Waterloo Bridge in London stammen, gehört ein Trinkbrunnen mit Schalen für Hunde.